Hey, das ist Bientrampel. Hier war er. Und ich wollte dir erzählen, wo ich all den Stott angeschaut habe und vergebete habe. Ich habe eine ganze Reihe, die ich zurückbringe, wo ich angeschaut habe, welche die ganzen Karten anfangen zu kommen. Und dort habe ich die Däugung mit, wo du ganz frei geworden in deinem Leben von Plätschersinn, von Pornografie und von Sachen, wo wir uns nicht mehr anfangen zu reden. Sie glauben, das ist eine Chance. Und jetzt, das ist nicht gut so. Aber wer verdammt uns, da das der Fiend, von uns verdammt hat, wird gesagt, wovon es ist eine Chance. Und in der Dummheit konnte uns länger und wieder und vorster in seine Gebäude halten. Aber die Bibel sagt, wenn wir das um Licht bringen, dann vergebete uns, und es trüe in die Reichen, vergebete uns. So, was ich will tun, und wo ich mich anein geladen habe, und ich will eine ganze Reihe Teumachen bringen. Und dort kann es sein, weil du kannst durch die Bibel frei werden, durch den Gebär und durch das Zeugnis hören, wo andere sind frei geworden, wo auch sind frei geworden und so weiter. So, wenn du dich interessiert bist, um deine Teumachen stark zu hören, und wenn du dich mit dem Motorsprechenden subscriben kannst, dann kannst du dir die Videos kriegen, wenn ich ihn nie habe. Und danke für alle, die wir uns hier haben. Der letzte Monat werden so viel, dass wir noch einmal in einem Monat uns hier haben. Und gerade die Idee dafür, aber ich will den Channel grob merken, für Gott. Dort machen meine Menschen eure Evangelien hören, aber nicht für mich. So, danke für dich. Und wenn du dir etwas über Telegram oder WhatsApp kriegen, du kannst in der Description, du kannst hier unten ein Abtrekken und das durchkriegen. Und wenn du dir etwas persönlich geschickt hast, ich würde dir das persönlich rutschicken, dann ruft mich bitte auch, ob ich dir das persönlich schicken. Ich habe einen solchen Menschen nicht gefragt, und was wir nicht zufrieden haben, was wir nicht schütteln haben, was wir nicht schütteln haben, was wir nicht schütteln haben. So, ich würde dir bitte sagen, ich schick dir das wirklich, wenn du mir die Leute nicht mehr schicken, in den Comments, in den Kommentaren, und dann, wenn ich dir das persönlich schicken, wenn nicht, du kannst du selbst in den Telegram, WhatsApp-Gruppen nennen gehen oder selbst subscriben. Und ja, schick dir das in deine Freunde. Und wenn du immer frei bist, in Christus, in Harten, wo alles der Hintergrund ist, von Plätschersinn, von Pornografie, wo du wirklich so ein Tunische machen bist, dann würde ich die anderen in diesen Videos alle durchkicken, und du kannst ein gesehenes Leben haben mit dir in deiner Familie. So, ja. Gott sei Dank, Matthi. Und dann, so waren es bald in dem nächsten Video. So,